Was ist eine Nierenaterienstenose? Eine Nierenaterienstenose ist eine Verengung der Arterien, die die Nieren mit Blut aus dem Herzen versorgen. Wenn der Durchmesser der Nierenaterien abnimmt, ist der Blutfluss zu den Nieren eingeschränkt. Wenn beide Nierenaterien betroffen sind, kann die Nierenfunktion beeinträchtigt sein, was schließlich zu einem Nierenversagen führt. Hoher Blutdruck ist eine häufige Folge einer Nierenaterienstenose, die nur eine der Arterien betrifft. Die meisten Fälle von Nierenaterienstenose werden durch Arteriosklerose verursacht, DHT-Blutgefäßwand verhärtet sich und verengt sich von innen. Dies hänelt dem, was mit Arterien im Herzen passieren kann. Fortgeschrittenes Alter, Zigarettenrauchen und Diabetes sind Risikofaktoren, die das Risiko für Arteriosklerose erhöhen. Patienten mit hohem Cholesterienspiegel und hohem Blutdruck haben auch ein höheres Risiko für Blutgefäßprobleme. Es gibt im Allgemeinen keine spezifischen Symptome, die mit einer Nierenaterienstenose verbunden sind. Schwerer Blutdruckdruck, der vor dem 30. Lebensjahr oder nach dem 50. Lebensjahr beginnt und auf typischer Blutdruck Medikamente nicht gut anspricht, kann verdächtig sein? Eine Nierenaterienstenose wird häufig durch andere Tests festgestellt, wenn ein Arzt feststellt, dass eine der Nieren eines Patienten kleiner ist als die andere. Wenn ein Arzt eine Nierenaterienstenose vermutet, führt er oder sie bildgebende Tests, Funktionstests oder eine Kombination aus beiden durch, um die Diagnose zu bestätigen. Imaging-Tests zeigen die Arterie selbst, so dass ein Arzt feststellen kann, ob und inwieweit sie sich verengt hat. Funktionstests helfen festzustellen, ob die Verengung der Arterien ausreicht, um eine Nieren Funktionsstörung oder einen hohen Blutdruck zu verursachen. Der genaueste Bildgebungstest ist ein Angiogramm, wird jedoch aufgrund des Risikos von Komplikationen durch den invasiven Eingriff nicht häufig verwendet. Bei einem Angiogramm wird ein Katheter durch die Leiste in das Herz und in die Nierenaterien eingeführt. Ein Farbstoff wird dann injiziert und Röntgenstrahlen werden aufgenommen, um den Verengungsgrad der Arterien zu analysieren. Magnetresonanz-Angiografie oder Computertomographie-Angiografie-Tests sind weniger invasiv. Sie werden durchgeführt, indem ein Farbstoff in den Körper injiziert wird und dann Bilder der Nierenaterien analysiert werden, um festzustellen, ob eine Verengung vorliegt. Funktionstests umfassen das Kaptopril-Rhenogramm und den Plasma-Rhenien-Aktivitätstest. Das Kaptopril-Rhenogramm misst die Nierenaktivität nach Injektion einer radioaktiven Substanz. Wenn die Aktivität in einer Niere ausgeprägter ist, kann dies darauf hindeuten, dass die Funktionalität der anderen Niere aufgrund einer Nierenaterienstenose beeinträchtigt ist. Ein Plasma-Rhenien-Aktivitätstest analysiert, ob eine Niere eine höhere Aktivität des Hormons Rhenien aufweist als die andere Niere, da eine höhere Rhenien-Aktivität im Allgemeinen darauf hinweist, dass eine Niere-Naterienstenose vorliegt. In milden Fällen ist möglicherweise keine Behandlung erforderlich, und der Arzt kann den Blutdruck und die Nierenfunktion des Patienten regelmäßig überwachen. Blutdruck, der durch Niere-Naterienstenose verursacht wird, wird normalerweise mit den gleichen Blutdruck-Medikamenten behandelt wie jeder andere Patient. In Fällen, in denen sich die Nierenaterie oder die Nierenaterien um mehr als 75% verengt haben, kann eine Operation zur Erweiterung des Blutgefäßes erforderlich sein.